Mit einem Servus aus dem großen Walsertal melden wir uns zu einer weiteren Sendung aus dem Biosphärenparkhaus. Wieder mit einem interessanten Gast. Herr Gerhard Kuttnig sitzt bei mir. Schön, dass Sie da sind. Ein ganz besonderer Mann. Er war Vertriebsleiter bei EMI Österreich, hat den Walser Stolz also von der Pike auf gemacht. Er ist jetzt in der verdienten Pension und kann es nicht lassen. Er hat auch noch eine wissenschaftliche Arbeit über das Biosphärenparkhaus geschrieben. Herr Kuttnig, Sie kommen und wollen nicht zur Ruhe kommen. Ein richtiger Kärntner und es freut mich, dass Sie da sind. Was gibt es denn Wissenschaftliches über den Biosphärenpark zu berichten? Der Biosphärenpark als Grundlage vom Weißer Stolz. Der Weißer Stolz war meine Aufgabe, ein bisschen mein Leben, die letzten zehn, zwölf Jahre der aktiven Zeit und der Biosphärenpark hat natürlich wie alles andere eine starke Revolution oder starke Veränderungen mit sich gebracht. So wie der Käse, so wie der Weißer Stolz, der daraus eben entstanden ist, aus dem Gebiet. Und diese Veränderung wollte ich einmal durchleuchten und hinterfragen, was hat sich getan, was war vor 20 Jahren anders, was ist heute besser, schlechter, anders als es damals war. Und vor allem, wie war das Produkt akzeptiert beim Handel in den ersten Tagen unserer Tätigkeiten und wie ist das Produkt heute und wie schaut die Zukunft aus. Und da habe ich mich eben mit jede Menge Interviews mit Landwirten, mit einer Reihe Ex- und bestehenden Oblmännern unterhalten in Interviews und habe dann festgestellt, dass da sehr wohl Betrachtungsweisen sind vom Käse und vom ganzen Biosphärenpark, die eigentlich nicht alltäglich sind, die die Befindlichkeiten der einzelnen Herrschaften ganz anders widerspiegeln, als wir vielleicht das oft sehen. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Fure Lust? Ja, der Unruhestand. Der Unruhestand? Naja, die Grundidee war halt die, dass ich gesagt habe, ich habe viele Jahre den Weißer Stolz verkauft und das hat oft gut funktioniert, oft hat es nicht so gut funktioniert, aber so richtig genaue Hintergründe habe ich nie gewusst, warum was so war. Und da habe ich gesagt, jetzt gibt das auf der Uni in Klagenfurt, diesen Prozessmanagement und Beratung, eine Uni-Lehrgang mit einem Masterabschluss und da habe ich gesagt, na, ich schreibe mich dort ein und ich versuche einmal aus verschiedensten Blickwinkeln jetzt meine vergangene Arbeit einmal zu durchleuchten und zu schauen, warum ist denn was gegangen und warum ist was nicht gegangen. Und das ist irrsinnig spannend, weil früher hat man ganz, ganz einfache, kurzfristige Entscheidungen gehabt, Preis, Produkt, Kunde, aber dass da viele Dinge dahinter stehen, die Zeit habe ich früher nicht gehabt, mehr damit zu beschäftigen. Zum Beispiel Dinge, die dahinter stehen, wie auf dem Produkt, auf dem Sie sitzen, auf dem Naturprodukt Heu zum Beispiel oder Gras, aus dem der Weißer Stolz schlussendlich erzeugt, auf den Markt gebracht worden ist. Jetzt haben Sie mir die Anfangszeiten erklärt, Sie haben den Weißer Stolz in jedes kleine Geschäft getragen oder wie war das? Auch. Natürlich am Anfang Feinkostgeschäfte, die natürlich prädestiniert wurden, damit Sie irgendein besonderes Produkt verkaufen. War der Weißer Stolz ein Premiumprodukt? Es war ein Premiumprodukt, aber wir wollten es so positionieren. Er ist es nach wie vor und dieses Produkt hat natürlich in der großen Kette gleich am Anfang nichts verloren gehabt. Also haben wir begonnen mit dem Feinkostgeschäft am Naschmarkt und am Victor-Adler-Markt, in Wien. Haben aber gleich feststellen müssen, es gibt ein West-Ost-Gefälle. Also dieses Würzige und Tolle, auf das wir da so stolz sind, das war in Wien gar nicht so gefragt oder im Osten Österreichs, weil das war zu würzig. War zu würzig? Das war zu würzig für den. Aber natürlich in der Menge, die uns damals zur Verfügung gestanden ist, war das natürlich schon machbar und dann ist eben auch der Handel draufgekommen und hat gesagt, was habt ihr, wir haben auch Feinkostabteilungen im Handel und dann hat man eben versucht dort in angemessenem Preis das zu verkaufen, weil der Handel hat natürlich die ersten Bedürfnisse, seine Gewinnmaximierung und die geht erstens am Verkaufspreis und zweitens am Einkaufspreis. Und der Einkaufspreis sollte natürlich minimal sein. Sie haben jetzt schon wieder ein Hölzchen geworfen, wenn Sie jetzt diese Marktsituationen mir beschreiben. Wie geht das? Ich meine, wir haben schon gehört von der Marketing-Lady, die wir zu Besuch hatten, dass die Milch, die aus dem großen Walsertal kommt, auch einmal begrenzt sein kann, damit man keinen Walserstolz herstellen kann, weil es nur eigene Leute sind. Jetzt wird der Markt aber überschwemmt mit Käse, vielleicht auch weniger aus dem Premium-Bereich sogar. Wie geht man in dem Hause, in dem Sie erfolgreich tätig waren, um damit, dass es so eine Schwämme gibt? Es gibt die Schwämme vom Bergkäse. Und unsere Idee war ja, diesen Bergkäse, der kann aus dem Zielhautal kommen, der kann aus irgendwelchen Tälern in Österreich bis in die Obersteiermark kommt Bergkäse, diesen Bergkäse aus der Region des Biosphärenparks, diesen Bergkäse zu einer Marke zu machen. Und die Marke kann ich dann mit Markenumfeld verkaufen. Ich kann dann hingehen und sagen, der Biosphärenpark kann das, das, das und daher ist dieses Produkt einzigartig. Ich muss mich unterscheiden von sämtlichen anderen Bergkäsen, nicht vom Preis, das war die schlechteste Idee. Ich muss mich durch irgendwelche Attribute dieses Produkts unterscheiden und dann kann ich dann dieses Verkaufsmodell pflegen und auf Jahre hinaus eine Marke am Leben halten. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz zurückspringen darf, sehr interessant, aber Balserstolz rühmt sich ja auch mit der Aussage, dass es den nicht immer geben kann, weil die Natur die Ressourcen dafür zur Verfügung stellt. Und wenn die Natur die Sache nicht hergibt, sprich die Kühe nicht die Milch, dann gibt es auch keinen Balserstolz. Meinen Sie nicht heute, dass diese Lücke ausgenutzt wird? Kann man sich das im Hause Emmi leisten eigentlich, einmal einen Monat lang nichts auf den Markt zu bringen? Man muss es sich leisten, wenn die Natur und wenn eben die Produktion das so vorbestimmt. Was ziehen Sie eisern durch? Es ist, ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Man kann nicht Käse herzaubern. Und so viel können Sie nicht auf Lager produzieren? Es ist unangenehm im Verkaufsgespräch, weil das Verständnis, das wir jetzt da in der Region aufbringen, dass das ja aus der Natur kommt und aus der Natur nicht immer endlos produziert werden kann. Dieses Verständnis hat oft ein Einkäufer nicht, der von irgendwoher kommt und im fernen Osten sitzt in Österreich. Und dieses Verständnis fehlt oft. Und da gibt es schon schwere Diskussionen. Weil man ist dort natürlich bestrebt, dass man kontinuierlich Käse zur Verfügung im Regal hat. Wenn ich ganz bösartig bin, sage ich, das ist im Zeitwerk ziemlich wurscht, was wir da in der Natur für Probleme oder für Voraussetzungen haben. Und das ist eben auch unter anderem das Geschick des Verkäufers, das so hinzubringen, dass, wenn ich bei der Tür hinausgehe, dass er meine Meinung vertritt und sagt, na okay, das ist es. Und gerade gestern habe ich ein schönes Beispiel gehört. Mon Cherie gibt es auch nicht immer. Die Kirschen wachsen, die gibt man. Und in diese Richtung vielleicht, dass man das ein bisschen pflegt, mit einem schönen Umfeld eine Geschichte aufbereitet. Also ich finde es eine beeindruckende Strategie, vor allem eben sich in der heutigen Zeit das leisten zu können, wo dem Konsumenten eigentlich wurscht ist, wenn er das Produkt nicht hat und wahrscheinlich die Gefahr groß, dass er dann zu einem anderen Produkt greift. Das Problem ist natürlich schon auch im Handel und auch in der Landwirtschaft, wir leben alle vom Geld. Und das, was wir verkaufen, auch der Landwirt braucht eine gewisse Menge an Milch, damit er leben kann. Und auch der Handel braucht einen gewissen Umsatz von dem Produkt, damit seine Pläne stimmen. Und da schaut man natürlich schon, dass die Menge nicht rückläufig ist, sondern dass die Menge kontinuierlich steigt, aber zu angemessenen Preisen. Ein sympathischer Kärntner weiß viel über EMI Österreich zu berichten und über das Aushängeschild, den Walserstolz. Was isst man denn in Kärnten für einen Käse? Weil Sie vorher gesagt haben, die brauchen ein bisschen ein Mildern, das halten denen aus dem Mund. Auch in Kärnten gibt es Almkäse. Ist natürlich von der Qualität anders. Nicht so würzig wie in Vorarlberg. Und wenn man in Kärnten einen guten Käse haben will, dann kauft man natürlich auch einen weißen Stolz. Gibt es in Kärnten? Ja, natürlich. Gibt es schon. Einfach gestrickte Frage. Aber wenn ich heute den Walserstolz verkaufen möchte, sagen wir, den gibt es erst jetzt. Nehme ich da ein Rad Käse unter den Arm und gehe in einen Interspar und sage Hallo? Oder wie funktioniert das heute als Vertriebschef? Durch die Veränderung in der österreichischen Handelsszene ist natürlich das einfacher und komplizierter geworden. Das heißt, es gibt ja nur einmal zwei Big Player. Einen in Osten, Wiener Neudorf und einen in Salzburg. Und über diese Zentralgespräche und Zentrallistungen läuft alles. Das heißt, der Interspar oder Billermarkt in Feldkirchen wird den nicht selber einkaufen dürfen. Das heißt, sie gehen in die Zentrale mit riesen Konditionen, mit möglichen Gutes rundherum, mit Werbevorschlägen, mit Präsentationsvorschlägen und dann gibt es lange, lange, lange Gespräche und dann mit viel Glück eine Listung dieses Produkts für eine gewisse Region oder für einen gewissen Zeitraum und damit haben wir es dann am Markt. Und da braucht es dann eigentlich nur noch einen Mann dazu, der diese Gespräche führt mit diesem Großhändler. Ist das ein Vertriebsleiter wie Sie oder der Firmenchef? Einerseits ja, aber dann, wenn eine Listung durch die Zentrale passiert, heißt es noch lange nicht, dass die einzelnen Herrschaften in den zugehörigen Märkten das auch so umsetzen. Und dann dort hinzugehen und sagen, Achtung, ich weiß, Sie haben von der Zentrale dieses und jenes Produkt jetzt gelistet, können wir miteinander eine schöne Platzierung machen, eine Verkostung machen, eine Werbedame hinstellen, die das dem Konsumenten dann näher bringt und den Geschmack vermittelt. Weil es ist ja ein Lebensmittel, das halt zu 90% über den Geschmack verkauft wird. Und das ist halt viel einfacher, wenn man es im Mund hat, als nur ein Papier. Ich komme jetzt nicht umhin, die Werbedame noch anzusprechen. Mir flimmern da die Bilder durchs Gehirn. Eine Dame muss herhalten beim Auto. Wenn man ein Auto präsentiert, muss die Dame mehr oder weniger leicht bekleidet. Wie sieht das ein Vertriebsleiter? Ist wirklich die Dame? Nicht leicht bekleidet. Nein, die jetzt beim Käse. Oh Gott, ja. Aber ich meine, so allgemein jetzt als Marketing, als Vertriebler, ist die Dame auch für Käse? Kann das kein Herr machen? Kann es auch machen, aber anscheinend ist das Vertrauen zu einer Dame, die vielleicht sogar Hausfrau ist und sich im Kompetenzbereich im Haus hat die Frau für Lebensmittel. Macht Sinn. Macht Sinn. Und daher, Vertrauen ist eine ganz wichtige Geschichte und man kauft der Dame das leicht auf. Ich habe Ihnen, Herr Kutnik, jetzt Ihre Geschichte auch abgekauft. Ein fantastischer Gesprächspartner. Ich bedanke mich herzlich fürs Dagewesensein und für diese sehr, sehr interessanten Geschichten aus Ihrem Leben. Und ja, ich habe gesagt, ich vertraue Ihnen und habe das abgenommen. Und das kann nur heißen, dass wir uns jetzt noch so ein Stückchen genehmigen zum Abschluss, oder? Das müssen wir jetzt fast. Ich sage nochmal Danke, Herr Kutnik, dass Sie da waren. Der Käsewissenschaftler und Ex-Vertriebschef von EMI Österreich. Schön, dass Sie da waren. Jetzt nehmen wir noch Herr Bröckele und Ihnen sagen wir Danke fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.